Ja, ich habe einen guten Start gehabt, was ich eigentlich gehofft habe, die vorigen Runden war es nicht so toll. Dann habe ich einfach gedacht, sonst musst du gehen, weil die hinten kommen. Ich habe in jeder Runde versucht zuzumachen, das hat geklappt. Ja, ich persönlich habe es gehofft, damit gerechnet, ja, wenn ich es gehofft habe, habe ich auch damit gerechnet, ja. Die Atmosphäre im Rennplatz finde ich toll. In Schottland, ja, nicht so mein Fall, viel zu kalt, aber heute war es wirklich toll, auch das Wetter, gute Stimmung, in Schottland immer, viele Zuschauer, hat mir Spaß gemacht.